Oder so. Sorry. Das kann schon sein. Ich bringe ihr... Bier! Steh doch nicht im Weg rum! Verdammt noch mal. Tja, Pech muss doch nicht da rumstehen. Ist doch mein Haus. Wisst ihr was? Das trinke ich selber. Haltet mal die Klappe! Verdammt. Daddy, will you get me a unicorn? Natürlich. Alles für dich. Ach, Milch. Ich dachte, das sei Saft. Danke. Drecksaft. Braune Milch. Danke, Sweetie. Ich nehme einen Donut. Danke. Das reicht mir. Verdammt noch mal. Ja, dieser Tisch. Ich glaube, wir sollten uns einen neuen kaufen. Ich bin... Ich bin nicht so... Ja. Ah! Jetzt bin ich fett! Warte, bevor ich rausgehe. Ich muss doch ein bisschen das Haus erkunden. Also, ich will es noch ein bisschen erkunden. Ach du Scheiße. Demi hat wieder das Schloss kaputt gemacht. Oh! Verdammt! Dieser... dieser Drecksjunge macht alles klar. Verdammt, was ist los? Oh! 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 Was ist das? Was? Nicht da... Nein! So! Jetzt räume ich mal ein bisschen auf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach komm, ich will diesen Roboter! Genau! So, den nehmen wir jetzt mit raus. Das ist unser Haustier. Äh... Mac... Mac-Cheek. Wisst ihr was? Ist doch egal. Ich muss jetzt zu meiner Familie. Wenn ich es jemals an diesem Todestisch vorbeischaffen... Würde. Jetzt, dass du energisiert bist, ich brauche dir, ein paar Gelegenheiten im Hintergrund, während ich ein bisschen Arbeit gemacht habe. Es gibt Gras zu schrauben, Weeds zu schrauben, Holz zu schrauben, und nicht vergessen, Burger für Essen zu machen. Du kannst dir all deine Aufgaben ansehen, indem du das Spiel mit dem Puzzle stellst. Stacy, warum sind deine Butterfly Haarclips all over the yard? Ich würde sie zu schrauben, sie zu schrauben. Wieso kann ich... durch die... Tür lang? Oh. Ah, das ist eine Schiebetür. Stacy, warum schraubst du Ketchup in deinem Bruder? Ich versuche nur, eine Potion zu machen. Gut, lieblich. Ich habe ein Buch über Chemie, das ich zeige dir, wirkliche Potionen zu machen. Ja, hör auf, ihre Träume zu zerstören, verdammt. Scheiße, wie viele Bälle haben wir? Tommy. Dieser kleine Drecksack. Ich habe ihm doch gesagt, er soll aufhören, Ameisen zu füttern. Muss ihm wieder einer ergeben. Wo ist er denn? Johnny. Wisst ihr was? Ich muss jetzt ein bisschen Hals hacken. Huisch! Natürlich. Was soll das heißen? Jetzt wartet mal. nicht. Und dann zurück zu... Nein! Acht! Wisst ihr? Hacke Feuerholz. Jetzt muss ich die Box bissen. Nein, 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 nein! Ach Gott! Heiii! Es ist schwerer, als es aussieht. So. Ich bin doch nicht so am Hals hacken geworden. Ich bin ein verdammter Tintenfischer. Das erwartet ja eigentlich von mir. Achtung! Nein. Langsam. Langsam. Ah! Verdammt. Hu! Ha? Oh, sich das ganze Holz verhacken. Kann ich jetzt auch so am Boden verhacken? Ha! 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 Basketball! They're playing basketball! They're playing basketball! Seht ihr? Ich kann sogar ha... Oh! Hoch! Rüber! Ja, natürlich. Ich bin ein geborener Stapler. Ah, wisst ihr was? Feuerholz gehackt. So, jetzt. Hacke Feuerholz, Gabi. Redig, jetzt weiter. Nein! Nein, nein. Stopp, stopp. Lecker. Halt. Gut. Wartet. Deine. Habe ich ihn auch schon gefragt. Kick den jetzt raus. Ja, natürlich. Ich gebe dir was Spitz. Habe ich ihn auch schon. Was? Sie sind wie Dolly. Sie sind für ein Haus, und sie sind für ein Spitz-Dolly, und sie sind für ein Spitz-Dolly. Und sie sind... Nein, sie sind nicht. Sie sind nicht so. Sie sind nicht so. Warte. Warte. Ja, ja, Ausreden, Ausreden. Ich gebe dir noch ein paar Aufweichen. Das... Das teach dich dann ein bisschen. Dad, the way you're mowing the lawn, reminds me of this one episode of Sports Johnson, where he goes back in time and meets his son, Sports Johnson Jr. for SJJ. Ey, die reden und reden. Au. Natürlich, natürlich, mein Sohn. Alles, was ihr wollt. Das habe ich auch keine andere Wahl. Nein! Oh, meine Blätter. Die sind scheiße. Schau, wie du mowing, Honey. Die Ladybugs sind wirklich aus der Hand diese Saison. Ich hätte. Ich hätte jetzt ein bisschen. Der Jetmeister ist hier. Das mit dem Werfen habe ich noch nicht so ganz raus. Das Spiel ist kompliziert und meine Finger tun langsam weh. Das müsst ihr doch alles machen. Das kackt mich an. Mach doch Notizen. Der Karten sieht doch toll aus. Was muss ich denn hier machen? Grille und serviere Hamburger. Wünsche, Wünsche, Befehle, alles. Ich grille jetzt. Yeah, wie ihr es gerne habt. A la Daddy Art. Aufgepasst. Als erstes öffnen wir. Dad, unsere Hamburger sind wirklich aus der Hand. Ja. Ja. Was ist das, wenn sie aus Ponyen gemacht wurden? Ich ja nicht, du Bitch. Kopf. So. Na ja, da muss ich da loslassen. Da kann ich rüber ein bisschen. Ja. Perfekt. So, jetzt warten wir mal ein bisschen. Fertig. Wer will einen? Wax sind das große Bürger. Fertig. Nein. Boah, was war mir das für dich? Mein Schädel? Ähm. Ja, bist doch ein braves Mädchen. Mal kurz gucken. Ketchup. Wie das? Gast. Hä? Ja, natürlich hat dir das wehgetan. Ich hoffe, die werden nicht schwarz. Ist nicht rassistisch gemeint. Oh. So. Ich glaube, ich werde langsam richtig gut in diesem Schuh. Ja. Ja, leid. Das ist aber einfach was. Riecht nicht so. Und dann. Ja, und dankbare Leute. So, Honey. Dein letzter kommt hier. Der letzte Bürger. Ist der überhaupt schon durch? Den lasse ich extra schwarz werden, wie du es... Oh, scheiße. Das ist wirklich ein bisschen schwarz geworden. Hör dich, mein Liebling. Oh, shit. Oh, mein Fuß. Oh, das ist eine Kacke. Hab ich den Garten jetzt gehärtet, oder? Und hopp. Ah, so geht das. Ich glaube, ich hab's. Und hier kann ich ein bisschen die Kamera steuern. Okay. Ich jättere den Garten für meine Liebe des Lebens. Verdammt nochmal. Komma, ich komm nicht weg. Oh, ich komm nicht weg. Hopp. Weg. Nein. Hey, ich müsste überall etwas bauen, wo ich noch dran hängen bleibe. Wer hat dieses Scheißhaus eigentlich gebaut? Gut. Ah, jetzt muss ich noch den Rasen mähen. Ja, natürlich. Hey. Komm mal hier ran. Reicht das? Ich hab nämlich echt keinen Bock mehr zu mähen. Also, linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß, rechter. Ja, gut. So, jetzt das nächste. Wieso mähen wir, wenn überall einzelne Stellen sind? Wieso muss ich mähen? Kennen wir nicht. Ja. 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 So, dann muss ich's jetzt so machen. Nein. Hey. Dad. Shit. Ja. Ach nee. Feuerholz. 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 Feuer. Holz. Das. Kann ich das einfach zerhacken, oder muss ich's in die Kiste tun? Achtung. Aufgepasst. Zack. Hab ich das jetzt gehackt? Ich glaub ja. Nein, noch nicht. Zack, 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 zack. Oh. Huh. Wartet. Ja, dann müssen wir... ... einen Moment warten. Ich glaube... ... 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 Ah. So, warte. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Äh, ich muss den loslassen. Dann kann ich's. Hoch. Ich muss echt langsam machen. Rein! Ja! Nein! Nein! Amazon. I got this. I got this. Oh! Oh! Sorry, ich war gerade am Essen mit's lesen. Tutkgleid. Soll ich nicht machen. Oh! 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 Was! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich... ... Vielleicht muss ich's ja nur hacken. Wo ist meine Axt? Wieso habe ich die weggeworfen? Natürlich neben dem Baum. Ich muss sie ja irgendwo festhalten. Die Kiste kommt auf. Oh, zack. Zack.